Hey Leute, willkommen zu diesem kurzen Video. Und zwar geht es hier um die nahezu unlösbare Aufgabe mit dem leichten Maschinengewehr. Damit sollen wir 10 Gebäude zerstören. Zum einen, was sind Gebäudeteile? Es ist einfach im Prinzip sowas. Ihr sollt das Maschinengewehr nehmen, es einfach zerballern und wenn das dann kaputt geht, dann wäre das ein Gebäudeteil. Oder ihr könnt natürlich nicht im Nullbau-Modus, sondern im Anführungsstrichen normalen, einfach diese Gebäudeteile, die andere gebaut haben, zerstören. Ihr könnt die dann auch selber bauen und dann einfach selber kaputt machen. Dann würde das Ganze auch 10. Das Problem ist derzeit, dass das leichte Maschinengewehr, ich blende es euch jetzt gerade mal ein, noch nicht ingame ist. Und ich habe jetzt diverse, also ich meine es ist auch schon nach 16 Uhr und nach 15 Uhr, normalerweise hätten sie es dann reingehauen, verrückterweise. Ich habe jetzt einfach auch schon diverse andere Waffen probiert, ob es vielleicht ein Bug ist oder die sich vielleicht verschrieben haben. Kann ja sein, dass der Skript einfach komplett falsch ist und die meinten, was weiß ich, den Stachler oder so. Aber ihr seht ja, es funktioniert auch da nicht und es funktionieren auch andere Waffen nicht. Und das ist halt natürlich schon irgendwie doof. Das muss man ja sagen. Also das ist einfach so. Wenn es nochmal eine Lösung gibt, doch nochmal ein Bug ist oder auch ein Fehler. Ich habe übrigens auch beim Fortnite-Status geguckt, ob die gesagt haben, hey, es gibt hier gerade ein Problem, was wir untersuchen. Das machen sie ja manchmal. Aber nee, es ist auch nichts. Es ist auch nichts. Es ist einfach nicht drin. Es ist falsch gesetzt. Entweder ist der Skript falsch, die meinen also etwas anderes oder die haben die Waffe nicht aus dem Tresor geholt. Eins von diesen beiden Sachen kann es einfach nur sein. Und sobald das Ganze funktioniert, also wie es funktioniert, ist glaube ich klar. Ich habe es euch ja gerade gezeigt, welche Gebäudeteile und so weiter und so fort. Aber wenn es funktioniert, dann lade ich nochmal ein Update dazu hoch und gebe euch da auch nochmal eine Lösung. Sorry an der Stelle, dass es nicht funktioniert, aber irgendwas ist mit Fortnite nicht ganz in Ordnung. Man kennt es. Ja, man kennt es ja. Also insofern geduldet euch. Wir kriegen das irgendwie hin. Und Fortnite kriegt das irgendwann hin und dann sind wir auf jeden Fall am Start. Also wenn es erstmal passt, keine Lösung, I know. Aber wenn es erstmal passt für euch als Information, dann droppt gerne ein Like und ein Abo. Würde mich einfach freuen. Schaut auf dem Discord vorbei. Da schreiben wir auf jeden Fall. Da sind wir ja sehr, sehr aktiv. Da schreiben wir auf jeden Fall rein, sobald das Ganze funktioniert. Also an dieser Stelle. Ciao, ciao. Ich bin erstmal raus. Bis dann.